Hallo und herzlich willkommen bei Cards & Dice. Heute geht es weiter mit Herr der Ringe, das Kartenspiel. Wir beschäftigen uns mit dem Starterdeck Durins Zwerge. Die Starterdecks sind ja im Rahmen der Neuauflage erschienen und sind vor allen Dingen für all diejenigen zu empfehlen, die gerade neu in das LCG einsteigen. In diesem Video werde ich euch kurz die Strategie des Decks erläutern und dann ein Let's Play machen. Wir steigen in die Tiefen von Nibindum. Schauen wir uns zunächst mal das Starterdeck genauer an. Das Deck verfolgt im Grunde zwei Strategien. Bei der ersten handelt es sich um die sogenannte Swarm-Strategie. Wir versuchen möglichst viele Zwerge auszuspielen, um das Quest zu überrennen. Und hier spielt unser Held dein Eisenfuß eine zentrale Rolle. Er gibt nämlich, solange er spielbereit ist, allen Zwergencharakteren einen Bonus, und zwar plus 1 Angriff und plus 1 Willenskraft. Und das gilt übrigens auch im Multiplayer für die anderen Mitspielenden. Und das ist super stark, weil wir durch ihn die vielen kleinen Zwerge zu einer sehr kräftigen Armee aufleveln können. Hier müssen wir allerdings aufpassen, dass dein Eisenfuß die meiste Zeit spielbereit bleibt, damit sein Effekt intakt bleibt. Falls wir ihn aber doch mal zum Blocken, Questen oder Angreifen nutzen, gibt es Wege, ihn wieder spielbereit zu machen, zum Beispiel mit dem Erebo-Archivar, der ebenfalls im Starterdeck enthalten ist. Die zweite Strategie, die das Starterdeck verfolgt, ist die sogenannte Mining-Mechanik. Es gibt nämlich mehrere Karten in diesem Deck, die uns dazu auffordern, Karten von unserem Deck abzuwerfen. Das sieht auf den ersten Blick erstmal aus wie ein Nachteil, ist es aber nicht unbedingt. Denn wenn sich die Zwerge durch ihr eigenes Deck graben, können sie dabei auf Schätze stoßen. Und damit sind die Karten Verborgenes Lager und Bergarbeiter aus Erid-Luin gemeint. Wenn wir diese Karten von unserem Deck abwerfen, können wir ihre Effekte triggern und bekommen dadurch einen Bonus. Den Bergarbeiter können wir dann zum Beispiel direkt ins Spiel bringen, ohne seine Ressourcenkosten zu bezahlen. Ja, das sind die beiden hauptsächlichen Strategien des Decks. Und das Starterdeck spielt sich out of the box sehr gut. Allerdings finde ich, dass es noch besser wird, wenn wir die Karten aus dem Sideboard mit dazu nehmen. Das sind die zusätzlichen Karten, die sich hinter der Trendkarte verbergen. Und hier finden wir, neben weiteren Zwergen aus der Geistsphäre, einen weiteren Helden. Nori. Und Nori passt sehr gut zur Swarm-Strategie. Denn immer wenn wir einen Zwerg von unserer Hand ausspielen, senken wir durch ihn unseren Bedrohungsgrad um 1. Und das ist in so gut wie allen Quests nützlich und schützt uns vor vielen Gefahren. Zum Beispiel vor Hügeltreu. Und deshalb habe ich das Deck ein wenig umgebaut und den Helden Bifor gegen Nori ausgetauscht. Bifor ist zwar auch ein sehr guter Held, vor allen Dingen wegen seiner Attribute. Den spiele ich aber lieber in anderen Decks. Und der dritte Held im Bunde ist Ori. Der passt ebenfalls sehr gut zur Swarm-Strategie. Wenn wir 5 oder mehr Zwerge kontrollieren, dürfen wir durch ihn zu Beginn der Ressourcenphase eine zusätzliche Karte ziehen. Ja, und mit dem Zwergendeck kann es durchaus schon in der zweiten Runde, manchmal sogar in der ersten Runde passieren, dass wir schon 5 Zwergencharaktere auf dem Feld haben, weil die Helden ja selber auch mitzählen. Und somit wäre dann von Anfang an eine Card-Draw-Engine intakt. Ja, und da wir nun Nori als Held dabei haben, habe ich noch weitere Zwerge aus der Geist-Ferien zugefügt. Mit dabei sind jetzt der Ziegelbergmann und die Wache von Erebor. Das sind beides Karten, die mit der Mining-Mechanik synergieren, weil sie halt auch wieder Karten von unserem Deck abwerfen. Und ebenso dürfen Kili und Phili nicht fehlen, die sich gegenseitig rufen können. Ja, meine Deckliste werde ich euch unter dem Video verlinken. Ebenso liste ich euch alle Änderungen auf, die ich am Starterdeck vorgenommen habe. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Let's Play. Die Decks sind gemischt und es geht los. Unser Quest heißt Die Tiefen von Niebendum. Und es ist Teil von Geheimnisse des Düsterwalds, das Szenario-Pack. Das ist das zweite Quest. Kann übrigens auch gespielt werden als Kampagne mit den Grundbox-Decks. Aber das machen wir nicht. Wir spielen es jetzt einfach nur als One-Off-Szenario. Kurz zur Hintergrundgeschichte. Im Szenario, was davor gelagert ist, haben wir ein Menschendorf gefunden, was überfallen wurde von Billwissen. Und die Billwisse haben wir dann durch den Düsterwald verfolgt. Und jetzt sind wir hier an der Mine Niebendum. Ich lese mal eben hier die Geschichte vor bei der Questkarte 1a. Ihr habt die Billwisse, die das Waldmenschendorf überfallen haben, bis in die Berge des Düsterwalds verfolgt. Die Spur führt über einen steilen Bergkamm zu der vergessenen Zwergenfestung Niebendum. Ihr zündet eine Fackel an und geht hinein. Also es ist keine Mine, sondern eine Zwergenfestung. Und da gehen wir rein. Und passenderweise spielen wir ja auch drei Zwerge bzw. ein ganzes Zwergendeck. Ja, die Vorbereitung, die hier steht, habe ich bereits schon erledigt. Wir sollten zwei Karten rausfischen, und zwar den Billwiss-Häuptling und die zerbrochene Säule. Die kommen später rein, die liegen jetzt an der Seite. Dann sollten wir die Höhlenfackel ins Spiel bringen und an einen Helden, den wir haben, anlegen. Die Höhlenfackel wird jetzt hier von dein Eisenfuß getragen. Gut, und dann sollten wir noch einen Ort reinbringen. Ich glaube, das steht erst auf der Seite 1b. Genau, hier auf Seite 1b steht, wenn aufgedeckt, jeder Spieler durchsucht das Begegnungsdeck nach einem unterschiedlichen Ort und fügt ihn der Aufmarschzone hinzu, mischt das Begegnungsdeck. Ich habe hier bereits einen rausgesucht, den Billwiss-Tunnel. Den habe ich reingebracht, weil der Effekt, der hier draufsteht, jetzt am Anfang irrelevant ist. Der sagt nämlich, wenn dieser Ort in der Aufmarschzone liegt und wir einen Billwiss-Gegner aufdecken, dann müssten wir Fortschrittsmarker vom aktuellen Abenteuer entfernen. Da wir am Anfang keinen Fortschritt auf dem Abenteuer liegen haben, ist das egal für den Anfang. Von daher ist das der perfekte Ort für den Anfang. Gut, ja, ich gucke mal eben, steht ja noch irgendwas, was wir noch nicht gesehen haben. Das ist nicht der Fall. Dann kann ich vielleicht noch die Geschichte auf Seite 1b vorlesen. Gut, ja, unser Ziel ist jetzt einfach. Wir sollen jetzt hier 8 Fortschrittsmarker drauflegen, um weiterzukommen. Dann mischen wir mal eben nochmal das Begegnungsdeck durch. Und ja, Ressourcen habe ich mir schon gegeben. Dann müssen wir noch Karten ziehen. Und dann geht es los. Wir haben 28 Startbedrohung. Ich ziehe jetzt mal die 6 Karten. Und dann gucken wir mal, ob wir die Hand so halten können. So, wir haben ziemlich teure Verbündete gerade. Die Hand gefällt mir tatsächlich nicht. Warum gefällt mir die Hand nicht? Wir haben hier 3 Karten auf der Hand, die wir eigentlich nicht auf der Hand haben wollen. Das sind hier dieser Bergarbeiter und diese Karte hier. Die lösen Effekte aus, wenn sie vom Deck abgeworfen werden. Die will ich eigentlich lieber wieder an meinem Deck haben. Und deshalb nehmen wir jetzt mal einen maligen. Wir mischen unser Deck und ziehen nochmal komplett nochmal neu 6 Karten. Vielleicht haben wir jetzt ein besseres Glück, dass wir vielleicht auch günstigere Verbündete finden. Weil, ja, wir hätten jetzt sehr lange warten müssen, um die auszuspielen. Ich möchte gerne, idealerweise in der ersten Runde, aber vielleicht auch erst in der zweiten Runde, die 5 Zwergen auf dem Feld haben. So, wir haben jetzt hier weiter gemischt und ziehen jetzt nochmal 6 Karten. Und hoffen, dass wir jetzt was Besseres haben. Und das sieht jetzt schon, ja, bedingt besser aus. Wir haben immer noch oder schon wieder Karten auf der Hand, die ich eigentlich im Deck haben will, die wir eigentlich von unserem Deck abwerfen wollen. Ist jetzt nicht schlimm. Mit der Karte können wir auch einen anderen Effekt auslösen. Aber wir haben jetzt auch einen günstigen Zwerg. Und, ja, kann man mitarbeiten. Ist nicht ideal. Aber vielleicht ziehen wir ja jetzt mit der ersten Handkarte oder mit dem ersten Cardroar, den wir jetzt haben, was Besseres. Und ich ziehe jetzt mal die erste Karte. Es ist der Ziegel Bergmann. Okay, das heißt, wir werden in der zweiten Runde auf jeden Fall 2 Zwerge dazubekommen. Und mit dem Rest, gucken wir mal, was wir sonst noch machen können. Hiermit könnten wir Karten ziehen. Ja, ist ein okayer Start. Etwas langsam, aber kommen wir schon zurecht. Also, ich werde jetzt als erstes den Zwerg hier spielen, dem ich eine Ressource hier ausgebe aus der Sphäre Wissen. Und der kommt jetzt ins Spiel. Jetzt triggert Nori, nachdem du einen Zwergcharakter von der Hand gespielt hast, senke deine Bedrohung um 1. Also gehen wir auf 27. Dann ist er im Spiel. Was kann der? Der kann nicht angreifen und verteidigen. Der kann aber sehr wohl questen und hat einen netten Effekt. Wenn wir hier eine Ressource aus der Sphäre Wissen ausgeben und ihn erschöpfen, dürfen wir einen Zwergcharakter wählen und ihn spielbereit machen. Kann ganz praktisch sein. Dann verteile ich mal eben ein paar Ready und Exhaust Token. Das sind die hier. Die haben hier auf der Rückseite rot Exhausted und vorne grün Ready. Und alle Charaktere kriegen jetzt so ein Token. Die nutze ich, um mehr Platz auf dem Feld zu haben. Das ist ein bisschen besser, als die Karten immer so nach rechts zu drehen. Und so halte ich das Board etwas aufgeräumter. So, mal gucken, ob wir noch irgendwas anstellen. Die weiteren Karten will ich jetzt gerade noch nicht benutzen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal ans Abenteuer. Und ich werde jetzt questen. Und zwar möchte ich mit diesen drei Zwergen hier das Abenteuer beginnen. Und unser Effekt von Dane Eisenfuß, der gilt jetzt immer noch, weil er ja spielbereit ist. Und das heißt, alle kriegen auch noch mal plus 1 Willenskraft. Das heißt, ich queste jetzt für 3, 3, 2. Also insgesamt 8. Ich lege dir hier mal den Würfel hin, der den Wert von 8 zeigt. So, wir haben jetzt hier einen Widerstand von 2 auf jeden Fall schon mal liegen. Plus jetzt die Begegnungskarte, die wir jetzt aufdecken werden. Und es ist ein Verrat. Verflucht 1. Heißt, unsere Bedrohungskarte geht schon mal hoch. Und es ist Augen in der Dunkelheit. Wenn aufgedeckt. Jeder Spieler muss wählen. Erhöhe entweder deinen Bedrohungsgrad um 1 für jeden Charakter unter deiner Kontrolle, der sich dem Abenteuer stellt. Oder lege einen Charakter unter deiner Kontrolle ab, der sich dem Abenteuer stellt. Autsch. Dann werde ich wohl das erste nehmen, weil ich brauche Zwergen, um hier den Card-Draw zu aktivieren. Das ist ungünstig. Ich muss jetzt meine Bedrohung steigern. Um 3 gehe ich auf 29, 30, 31. Ja, ist tatsächlich schon etwas hoch für ein Zwergendeck. Aber ich habe ja Möglichkeiten, meine Bedrohung noch weiter zu senken. Vor allen Dingen durch diese Karte. Von daher halb so schlimm. Dafür haben wir jetzt aber keinen weiteren Widerstand bekommen. Wir questen ja immer noch für 8. Und somit gehen jetzt hier 2 runter. 6 bleiben übrig. Wir haben jetzt 6 Fortschritt gemacht. Also kommen hier 6 Marker auf das Hauptquest. So. Und somit ist die Runde auch schon vorbei. Beziehungsweise ein Halt. Wir können ja noch reisen. Wir reisen jetzt zum Bilvis-Tunnel. Der hat 7. Einen Zielwert von 7. Und ich lege das mal hier auf das Quest. So. Und dann beenden wir jetzt die Runde. Wir machen erstmal alles spielbereit. Erhöhen um 1 unsere Bedrohung. Und ziehen eine Karte. Und jetzt verteilen wir noch Ressourcen. 1, 2 und 3. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann haben wir Wache von Erebor gezogen. Und der ist ganz cool. Der kostet zwar 4. Aber wir haben eine Möglichkeit ihn zu vergünstigen. Ich muss mal gucken. Ob wir das jetzt schon machen. Ja. Ich würde den tatsächlich jetzt einmal spielen wollen. Glaube ich. Ich gucke mal eben, ob es sonst noch irgendwas gibt. Ja. Spielen wir ihn mal. Also ich zeige ihn hier nochmal. Hat der Autofokus. Hier der Autofokus. Wache von Erebor. Schildwache. Sobald du Wache von Erebor von deiner Hand spielst. Lege die obersten 2 Karten deines Decks ab. Um ihre Kosten um 2 zu senken. Damit ist gemeint, dass er jetzt mich nur 2 Ressourcen kostet. Und ich muss dafür 2 Karten abwerfen. So. Ich habe 2 Karten abgeworfen. Die triggern gerade nichts. Schade. Die hätte ich gerne auch gehabt. Aber egal. Die kriege ich auf andere Art und Weise bestimmt wieder. Also er ist jetzt reingekommen. Er ist ready. Die Nori triggert. Ich gehe auf 31. So. Mehr kann ich glaube ich gerade nicht anstellen. Würde ich sagen. Let's Quest. Wir müssen hier 7 schaffen. Und hier müsste nochmal 2 drauf. Ich habe nicht vor. Also ich will mich noch ein bisschen aufbauen. Weil ich weiß bei diesem Quest. Sobald wir bei bei Quest 2 A und 2 B sind. Wird es sehr kombitlastig. Und dafür bin ich noch zu schwach. Ich brauche noch ein paar Zwerge. Wir müssen erstmal unser Board aufbauen. Deshalb werde ich auch nicht mit zu viel Questen. Ich nehme glaube ich einfach die gleiche Truppe wie vorhin. Das hat sich ja bewährt. Dass wir für 8 Questen also immer noch durch deinen Eisenfuß geboostet. 3, 3, 2. Und dann schauen wir mal was wir kriegen. Es ist ein Bilvis Org. Plünderer von Bilvisstadt. Wenn aufgedeckt lege die oberste Karte von jedem Spieler Deck ab. Das ist die hier. Und dann bis zum Ende der Phase wird der Widerstand vom Plünderer von Bilvisstadt um die Summe der aufgedrückten Kosten der so abgedeckten Karte erhöht. Also der hat einen Widerstand von 1. plus die Ressourcenkosten dieser Karte also 4. So der liegt jetzt hier. Und jetzt müssen wir aufpassen. Ich habe jetzt diese Karte von meinem Deck abgelegt. Und das ist jetzt tatsächlich ein Vorteil für uns. Weil wir die weil diese Karte hat einen Effekt. Reaktion nachdem Bergarbeiter aus Erit Luin von deinem Deck abgelegt worden ist. Bringe ihn unter deiner Kontrolle ins Spiel. Wunderbar. Den können wir jetzt for free ins Spiel bringen. Das war jetzt die Mining Mechanik die wir mit diesem Deck halt auch haben. Von daher war das ein großer Vorteil für uns dass dieser Ork reingekommen ist. Wunderbar. Gut. Wir sind aber immer noch am Questen. Der hat jetzt einen Widerstand von 4. Wir haben für 8 gequestet. 4 bleiben übrig. 4 gehen jetzt auf auf den Ort. Dann legen wir mal 4 Fortschrittsmarker auf den Ort. So. Und dann gehen wir mal weiter. Jetzt kommt die Begegnungsphase. Wir können ihn jetzt entweder optional engagen oder er wird uns auf jeden Fall engagen, weil er hat hier einen Bedrohungswert von 12 und wir sind bei 31. Also das drunter. Er kommt auf jeden Fall rein. Egal ob optional oder verpflichtend und ja er wird uns angreifen. Ich sehe das aber jetzt gerade ganz gelassen. Den kriegen wir auch wahrscheinlich gleich gut weg. Ich gucke gerade wie wir das machen. Der kriegt jetzt erstmal eine Schattenkarte und er wird uns angreifen. Ich nutze mal den die Wache von Erebor um zu verteidigen. Der verteidigt für 2. Er greift 1 für 1 und es ist kein Schatteneffekt. Das heißt nichts passiert. Jetzt können wir einen Gegenangriff starten und ich nutze jetzt deinen Eisenfuß und den Bergarbeiter aus Erid Luin. Die greifen zusammen an für 3 gegen den Plünderer aus Bilvisstadt. Der hat 3 Leben, somit ist er weg. Der Boost-Effekt von deinen Eisenfuß der ist jetzt gerade deaktiviert, weil wir ihn erschöpft haben, aber ist egal, weil die beiden zusammen haben E einen Angriffswert von 3 von Taya war das jetzt irrelevant und deshalb konnte er ruhig angreifen. Und jetzt endet die Runde. Wir machen uns wieder spielbereit. Wir erhöhen unsere Bedrohung um 1, gehen auf 32. Wir ziehen eine Karte. Es ist Gandalf und wir kriegen Geld. 1, 2, 3 und halt, wir haben ja jetzt 6 Zwerge, wir ziehen jetzt eine weitere Karte, das darf ich nicht vergessen. Wir haben hier Erebo Archivar nochmal gezogen und ich lege mir mal einen Token, warte mal, ich lege mir hier so ein Plus-Eins-Token auf mein Deck, damit ich das gleich nicht vergesse, dass ich hier noch was ziehen kann und so, dann schauen wir mal, was wir machen können. Wir sind jetzt ressourcentechnisch ein bisschen besser ausgestattet. Ich kann zum Beispiel jetzt Inia spielen. Langbart, Ältester, der kostet drei Ressourcen aus der Sphäre Führung. Den holen wir mal rein. Der kommt rein und wir triggern hier den Effekt. Wir gehen auf 31 und ja, was kann der Langbart? Ältester, auch ein Zwerg, hat eine Reaktion, nachdem sich Langbart, Ältester, einem Abenteuer gestellt hat. Sieh dir die oberste Karte des Begegnungsdecks an. Falls die Karte ein Ort ist, lege einen Fortschrittsmarker auf das aktuelle Abenteuer. Ansonsten erhält Langbart, Ältester, bis zu Ende der Phase minus 1 Willenskraft. Das ist eine Reaktion, die können wir optional triggern. Ich überlege auch gerade, ob wir jetzt wirklich mit allen Questen oder noch mal ein bisschen vorsichtiger sind. Ich möchte, glaube ich, immer noch mich ein bisschen aufbauen und nicht zu schnell hier voranschreiten. Gut, wir gehen mal ins Quest. Die Höhelfackel hier übrigens, die habe ich euch auch noch gar nicht gezeigt, die können wir jederzeit nutzen, um drei Fortschrittsmarker auf einen Finsterort zu legen. Das wäre zum Beispiel auch hier möglich, die könnte ich sogar jetzt erschöpfen. Allerdings müssen wir dann die oberste Karte des Begegnungsdecks ablegen und falls die Karte ein Gegner ist, kommt er in die Aufmarschzone. Kann ich vielleicht bei Gelegenheit gleich mal nutzen, aber wie gesagt, ich lasse die erstmal ungenutzt, weil es gibt auch Effekte hier im Begegnungsdeck, die uns dazu zwingen, die Höhelfackel einzusetzen. Dann sage ich mal Let's Quest. Ich will nur den Ort eigentlich wegkriegen. Da bräuchten wir drei Fortschutzmarker. So, das heißt, ich wüsste auf jeden Fall für drei schon mal Questen. Dann nehme ich mal Nori schon mal. Dann sind wir schon mal bei drei. Und ich würde jetzt noch zwei dazunehmen oder einen dazunehmen. Ich Queste mal für fünf. Kann sein, dass wir damit durchkommen. Also, wenn jetzt ein Verrat kommt und dann wären wir tatsächlich drüber, dann wäre das halt so. Oder wir machen es anders. Wir questen mit ihm. Wache von Erebo. Dann questen wir tatsächlich nur für vier. Und gucken wir mal, was passiert. Es ist wieder ein Plünderer aus Bilvisstadt und der triggert wieder diesen Effekt. Oberste Karte abwerfen, diesmal keinen Effekt für uns und er kriegt plus eins Widerstand, also Widerstand von zwei. Das heißt, zwei kommen durch und wir legen zwei Fortschutzmarker auf den Ort. Dann sind wir hier bei sechs. Gut, dann geht das so weiter. Jetzt wird er uns wieder also wir überspringen die Reisephase und jetzt sind wir in der Begegnungsphase. Wir bringen, wir verwickeln den aus Bilvisstadt in einen Kampf und der wird uns jetzt angreifen für eins plus x und diesmal verteidige ich mal mit dem mit ihm hier für eins und er greift an für mit Schatteneffekte angreifende Gegner führt sofort nach diesem Angriff einen weiteren Angriff durch, teile ihm für den Angriff eine neue Schattenkarte zu. Ist okay, also erster Angriff ich habe verteidigt für eins, nichts passiert zweiter Angriff ich verteidige jetzt mit ihm für eins und wir haben keinen Schatteneffekt nichts passiert jetzt kommen die Gegenangriffe ich greife an mit Ori für drei das reicht schon drei auf ihn weg und dann haben wir es geschafft und ja ich mache mich spielbereit und ich glaube jetzt in der nächsten Runde werde ich jetzt mutiger voranschreiten und mal zu zwei A rüber questen so wir dürfen zwei Karten ziehen wir haben Wille des Westens und wir waren nicht müßig gezogen und wir kriegen noch ein bisschen Ressourcen und ja jetzt schauen wir mal ob wir irgendwas dolles hier noch spielen können Wille des Westens behalte ich mal für später das ist eine wichtige Karte weil damit können wir wieder unseren Ablagestapel wieder zurück mischen in unser Deck und falls wir mal hier komplett durchgehen sollten durch diese ganzen Mining Effekte ist das sehr praktisch und ich werde jetzt mal den Ziegel Bergmann spielen für zwei und dann reduzieren wir unseren Bedrohung eins und der Bergmann hat auch einen Effekt den wir nutzen können damit können wir auch Karten von unserem Deck abwerfen abwerfen und kriegen dann vielleicht eine Belohnung nutz ich gleich nochmal auf einen wenn ich nutze so jetzt gucke ich mal eben ich würde nochmal ihn hier spielen den haben wir schon aber der kann öfters im spiel sein kostet uns eins und ich denke wir haben jetzt genug Zwerge um mir jetzt voranzuschreiten da brauchen wir jetzt keine Angst mehr haben und guck mal was passiert also ich weiß dass auf jeden Fall gleich Gegner reinkommen werden die uns auch angreifen so ich gehe jetzt erstmal questen ich queste mal für sechs für neun ich queste mal für neun und dann guck mal was passiert also drei 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 so seinen Effekt den kann ich jetzt triggern muss ich aber gar nicht also die reaktion des langbart ältesten ist eigentlich optional von daher questen wir es einfach für neun karte wird aufgedeckt und es ist ein verrat wenn aufgedeckt der spieler der die höhlenfackel kontrolliert muss wählen entweder erschöpft die höhlenfackel oder bis zum ende der Phase können keine Fortschutzmark auf das Abenteuer gelegt werden ich erschöpfe die höhlenfackel jetzt triggert die höhlenfackel nachdem die höhlenfackel erschöpft worden ist lege die oberste karte vom begegnungsdeck ab falls jene karte ein gegner ist füge ihn der aufmarschzone hinzu ok und wir haben wieder den bilvis scharf schützen den kennt ihr sicherlich der ist nervig wenn er in aufmarschzone bleibt gut wir questen immer noch für 9 2 werden abgezogen 7 kommen durch hier muss noch ein Fortschutzmarker drauf gelegt werden das heißt 6 bleiben übrig und 6 reichen dicke um das erste Quest zu erledigen das heißt Quest 1b ist erledigt und wir schreiten voran jetzt kommt Quest 2 a und zwar der Überraschungsangriff beim erkunden der tiefen von libidum geratet ihr in einen hinterhalt der bilvisse fügt dem bilvis häuptling der aufmarschzone hinzu jeder spieler durchsucht das begegnungsdeck und den ablagestapel nach einem unterschiedlichen gegner seiner wahl und fügt ihnen der aufmarschzone hinzu jetzt kommt der bilvis häuptling so und wir sollen einen gegner reinholen und ähm einen bilvis gegner nö einen gegner unserer wahl dann gucken wir mal ich bin noch nicht sicher was wir hier nehmen irgendwas schwächeres nach möglichkeit wir können eigentlich nochmal einen scharfschützen reinholen jetzt werdet ihr falls ihr diesen scharfschützen kennt euch fragen warum hole ich denn freiwillig einen zweiten rein bin ich bekloppt oder weil normalerweise wenn beide liegen verhindern die dass wir sie optional im kampf ziehen können und dann werden die bis wir bei 48 bedrohung sind da liegen dann werden sie uns von alleine in einen kampf verwickeln und bis dahin werden die uns immer wieder am ende der runde beziehungsweise am ende der kampfphase mit ihren pfeil und bogen angreifen so jetzt wird es aber gleich so sein ich kenne das quest ja schon wir rücken jetzt mal vor begegnungstext sollen wir noch mischen jetzt rücken wir vor zu 2b und 2b sagt überraschungsangriff die billwisse werden von einem stämmigen häuptling angeführt der sie erbarmungslos gegen euch aufpeitscht seine kämpfer fallen mit blinder wut über euch her und drohen euch zu überwältigen während der begegnungsphase wird die kampfbereitschaft jedes gegners so behandelt als ob sie null wäre so die kampfbereitschaft ist jetzt null das heißt alle drei gegner werden uns gleich in den kampf verwickeln somit sind diese beiden gegner gleich nicht gelockt also normaler in anderen szenarien würden die wie gesagt die ganze zeit liegen bleiben weil sie gegenseitig verhindern dass wir sie in kampf verwickeln können das ist wirklich in manchen szenarien ja sehr unangenehm und eigentlich ist das spiel dann häufig dann auch schon verloren wenn genau das passiert aber jetzt ist es nicht so schlimm und jetzt werden uns gleich alle in einen kampf verwickeln weil die kampf bereitschaft jetzt hier bei null ist so dann sagt das quest auch noch dieser abschnitt erhält vier abenteuer punkte für jeden gegner im spiel also aktuell müssten wir gleich für zwölf hier questen beziehungsweise zwölf fortschrittsmarke drauflegen um hier weiter zu kommen wenn wir die gegner erledigen reduziert sich das entsprechend gut also ich habe jetzt hier schon die begegnungsphase durchgeführt die haben uns jetzt alle in einen kampf verwickelt gucken wir mal eben haben die noch irgendwas also hier steht noch mal während der begegnungsphase können die spieler den bilvis scharf schützen nicht freiwillig in einen kampf verwickeln falls es andere gegner in der aufmarschzone gibt so und falls sich bilvis scharf schütze am ende der kampfphase in der aufmarschstunde befindet fügt jeder spieler einen charakter den er kontrolliert ein schaden zu das ist jetzt egal weil der jetzt mit uns im kampf ist dann hat der bilvis häuptling folgendes der hat einmal überall x x ist die abschnittsnummer des abenteuers also gerade zwei und er kann keinen schaden nehmen und kann keine verstärkung haben also wir könnten ihn jetzt auch entweder x fortschutz mark vom abenteuer oder legt ihn zurück in die aufmarschzone so die werden uns jetzt alle angreifen ich verteile mal schattenkarten in höhe des in höhe der kampfbereitschaft so das sind die schattenkarten und die mit der höchsten kampfbereitschaft greifen als erstes an also die beiden scharfschützen die haben nur einen angriff von zwei das sollte ich eigentlich gut ich blocke mal mit der wache von erebor ich fange mal rechts an der greift an für zwei plus erhöhe deinen bedrohungsgrad um eins für jeden schadenspunkt der durch diesen angriff zugefügt wurde null nichts passiert gut so weiter geht's jetzt greift uns der nächste an ich kann jetzt ein Aktionsfenster mal nutzen ich guck mal eben habe ich hier noch weitere Verteidiger ich nutze mal von erebor archivar ich erschöpfe ihn und gebe eine wissensressource aus um einen zwerg spielbereit zu machen und das wird die wache von erebor der wird jetzt wieder verteidigen gegen den nächsten bild scharf schützen schatten effekt falls dieser angriff unverteidigt ist lege einen verbündeten ab gut passiert nichts beide angriffe abgehandelt wunderbar weiter geht's jetzt greift er noch an und ich glaube ich mache das gleiche nochmal ich erschöpfe den weiteren archivar ich gebe wieder eine ressource aus mache ihn spielbereit verteidige und er greift an für zwei plus der angreifende gegner führt sofort zu nach unverteidige ein zweiter angriff angriff ich hier mit und dann gucken wir mal was passiert zweiter angriff kein schatten effekt er verteidigt für eins kriegt eine wunde gut jetzt sind gar nicht mehr so viele Zwerge übrig geblieben, die einen Gegenangriff starten können. Eigentlich kann nur Ziegel Bergmann einen Angriff starten, und zwar für 1 greift er an, plus dein Eisenfuß, der ergibt ihn ja noch plus 1, geht auf den Bilwiss Scharfschützen, der ist weg. Und dann bleibt jetzt noch alleine dein Eisenfuß übrig, der greift jetzt für 2 an und macht den weg. Und wir haben ja einen Effekt vergessen, der Bilwiss Häupling, der sagt, nachdem der angegriffen hat, müssen wir entweder x Fortschrittsmarker vom Abenteuer entfernen oder ihn zurück in die Aufmarschzone legen. Er geht in die Aufmarschzone zurück, weil wir 0 Fortschritt auf dem Abenteuer aktuell haben. Gut, ja, alles halb so wild, wir können uns spielbereit machen. Ich habe dieses Level 2 schon in anderen Spielen deutlich komplizierter gehabt, dass ich hier mehr Gegner hatte und diese Situation etwas eskaliert ist. Aber, ja, haben wir Glück gehabt. Das war jetzt relativ einfach und vielleicht kommen wir jetzt auch weiter so gut voran. Also, Bedrohung ist gestiegen um 1. Wir dürfen 2 Karten ziehen und haben Kili gezogen und wir haben auch noch König unter dem Berg gezogen. dann geben wir uns mal Ressourcen. Und dann schauen wir mal, was wir machen können. Kili ist super, aber den können wir uns noch gerade nicht leisten. König unter dem Berg ist auch gut. Vielleicht müssen wir uns gleich mal Ressourcen zuschustern. Ja, ähm... Ich probiere mal König unter dem Berg. Kostet uns 2 Ressourcen aus der Sphäre Führung. Dein Eisenfuß ist jetzt der König unter dem Berg. So, Aktion, erschöpfe König unter dem Berg. Machen wir direkt mal, um dir die obersten 2 Karten des Decks anzusehen. Upsala. Füge eine dieser Karten deiner Hand hinzu und lege die andere ab. Ähm... Ja. Gute Frage. Was nehmen wir denn? Ich glaube, ich nehme den Ziegel Bergmann. Können wir zwar jetzt nicht spielen, aber... Ist okay. Ähm... Gut. Dann... Können wir gar nicht mehr so viel machen. Zumindest nicht jetzt. Einige Sachen könnte ich vielleicht am Ende der Runde machen. Ähm... Ich würde jetzt einfach sagen, wir questen mal weiter, weil wir müssen jetzt in der Abenteuerphase... Oh, 6 müssen wir schaffen, plus was hier gleich kommt. Wenn es ein Gegner ist, ist es mehr. Wir versuchen jetzt einfach mal ein bisschen Fortschritt zu machen, müssen aber im Hinterkopf behalten, dass der ja uns auch gleich nochmal angreift. Ich schicke jetzt erstmal wieder die besten Quester los. Das sind schon mal 6. 9. Ich könnte es wieder mit 9 machen. Vielleicht reicht das. Ich queste mal für 9. Wir kriegen eine Begegnungskarte und es ist ein Ort der Bilvis-Tunnel. Solange sich der Bilvis-Tunnel in der Aufmarschtunnel befindet, erhält er erzogen. Nachdem ein Bilvis von der Begegnungsdeck aufgedeckt worden ist, entferne einen Fortschrittsmarker vom aktuellen Abenteuer. Das ist egal. Und jetzt haben wir für 9 gequestet. Wir haben hier einen Widerstand von 4. Das heißt, 5 Fortschrittsmarker kommen jetzt auf das Abenteuer. Und jetzt ist das Abenteuer 2b erfüllt, weil dieser Abschnitt erhält plus 4 Abenteuerpunkte für jeden Gegner im Spiel. Wir haben nur einen und somit ist 2b erledigt. Super, sind wir echt schnell durchgekommen. Dann können wir jetzt rübergehen zu 3a, der Abgrund. Die Bilvisse flüchten durch einen dunklen Gang und ihr verfolgt sie in einer großen Säulenhalle. In der Mitte klafft ein breiter Spalt, der von einer Holzplanke überspannt wird. Die Bilvisse eilen darüber und der Häuptling wirft die Planke hinter sich in die Tiefe. Ihr bleibt ohne einen Überweg auf der anderen Seite zurück. Wenn aufgedeckt, legt Bilvis Häuptling als nicht befindlich im Spiel. Also der Bilvis Häuptling verabschiedet sich, fügt zerbrochene Säule der Aufmarschzone hinzu. Das ist die Karte hier. Dann 3b. Auf der Suche nach einem Überweg bemerkt ihr, dass eine der Säulen am Rande des Abgrunds an der Verbindung zur Decke gebrochen ist. Wenn ihr die Säule umstürzt, könnt ihr sie euch als Brücke dienen. Erzwungen deckt während der Abenteuerphase eine zusätzliche Begegnungskarte auf. Ich mache das mal so, dass ich auch hier das Plus 1 mal drauf mache, damit ich es nicht vergesse. Solange sich die zerbrochene Säule in der Aufmarschzone befindet, können keine Fortschutzmarker draufgelegt werden. Nachdem ihr zerbrochene Säule das Spiel als erkundeter Ort verlassen hat, rückt zu Abschnitt 4a vor. Also im Grunde müssen wir jetzt die zerbrochene Säule zum aktiven Ort machen, um dann weiterzukommen. Die zerbrochene Säule ist eine Besonderheit, denn wir können gleich in der Kampfphase gegen die Säule kämpfen. Während der Kampfphase darf der Startspieler einen Angriff gegen die zerbrochene Säule erklären, als wäre sie ein Gegner, der mit ihm in einem Kampf verwickelt ist. Verwendet während des Angriffs den Bedrohungswert oder den Widerstand der zerbrochenen Säule als ihre Verteidigung. Also wir müssen insgesamt 4 Schaden hier draufkriegen. Hier ist aber 2 Verteidigungen drauf. Wir müssen quasi gleich für 6 einmal hier angreifen. Das sollten wir hinkriegen. Und dann können wir, wenn da 4 Schaden drauf sind, können wir dann in der nächsten Runde dorthin reisen. Jetzt ist die Frage, ob wir zum Bilvis-Tunnel reisen wollen. Ja, warum nicht? Wir reisen mal dahin. Dann bleiben wir zwar noch etwas länger in diesem Quest, oder wir reisen nicht hin. Dann könnten wir schon in der nächsten Runde dorthin reisen. Ne, wir reisen mal dahin. Könnte jetzt auch ein Fehler gewesen sein. Mal sehen. Jetzt versuchen wir jetzt Reisephase übersprungen. Also haben wir jetzt erledigt. Dann reisen wir. Jetzt beginnt die Kampfphase und jetzt müssen wir 6 Schaden machen. Sollte kein Problem sein. Die haben wir alle hier noch plus 1. Also der greift an für 2. Der greift an für 2. Sind wir schon mal bei 4. Dann greift der noch an für 1. Und der auch noch mal für 1. Die zusammen sind schon 6. Also 6 Schaden gegen die, oder mit 6 gegen die Säule entspricht 4 Schaden. Und dann haben wir das schon mal erledigt. Gut. Dann gucke ich mal, ob ich am Ende der Runde noch was mache. Ich nutze noch ein Aktionsfenster. Einmal um den Ziegel Bergmann zu nutzen. Was kann der? Erschöpfe den Ziegel Bergmann und sage eine Zahl. Ich sage mal 2. Um die 2 obersten Karten deines Decks abzulegen. So, falls bei mindestens einer der Karten die Kosten deiner Gesagtenzahl oder dass die Kosten deiner Gesagtenzahl entsprechen, wähle einen Helden unter deiner Kontrolle, füge seinem Ressourcenvorrat eine Ressource hinzu für jede abgelegte Karte, deren Kosten deiner Gesagtenzahl entsprechen. Ich habe 2 gesagt. Ich weiß gerade auswendig gar nicht, was die höchste Wahrscheinlichkeit ist. Aber wir gucken mal. Ich habe 2 gesagt. Und oh, wir haben 2 mal 2. Beide Karten werden abgelegt. Und jetzt darf ich 2 Ressourcen hinzufügen. Darf ich die auch aufteilen? Guck mal eben. Ich darf es nur einem Helden hinzufügen. Also ein Held kriegt jetzt 2 Ressourcen. Das gucke ich mal. Ich gucke mal, ob ich in dieser Runde noch was anfangen kann. Ich kann ja noch Aktionen spielen. Zum Beispiel. Könnte ich die Karte. Ja, so viel kann ich doch nicht machen. Ich könnte ein bisschen Card Draw machen. Oder ich plane schon mal meinen nächsten Zug. Ich glaube, dass ich auf jeden Fall Kili spielen möchte. Also es ist eigentlich sinnvoll, wenn ich hier mir Nori, wenn Nori die Ressourcen bekommt, damit wir gleich Kili spielen können. Kili ist nämlich sehr gut. Okay. Ja, ansonsten. Gucke ich mal, gibt es noch irgendwas, was ich machen will? Nö. Gehen wir einfach mal in den nächsten Zug. Und ich gehe jetzt auf 32. Wir machen uns spielbereit. Wir müssen jetzt gleich gut questen, damit wir auch den Ort hier wegkriegen. Ich darf zwei Karten ziehen. Wir haben zweimal die Karte hier gezogen. Mache alle Zwergencharakter spielbereit. Das ist natürlich super. Kann ich mir nur nicht leisten. Wir kriegen aber noch Ressourcen. Dann werde ich jetzt mal als erstes Kili spielen. Kostet mich drei. Und Kili hat folgenden Effekt. Nachdem du während der Planungsphase Kili von deiner Hand gespielt hast, durchsuche dein Deck nach Fili und bringe ihn unter deiner Kontrolle ins Spiel. Vorher mache ich noch Noris Effekt. Ich gehe meine Bedrohung reduzieren. Und dann suchen wir mal den guten Fili. Der wird jetzt leider nicht von meiner Hand gespielt, sondern der kommt einfach so ins Spiel. Kili und Fili. Somit triggert hier der Effekt nicht, weil hier steht explizit nur Zwergencharaktere, die ich von der Hand spiele. So, dann geht es weiter. Jetzt könnte ich hier eine lustige Kombo eingespielen. Ich könnte mir ganz viele Ressourcen machen. Ich könnte jetzt alle Zwergen, ach so, nur Zwergenhelden könnte ich jetzt erschöpfen, um eine Karte zu ziehen. Ich könnte die Karten nacheinander spielen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich könnte die alle erschöpfen, hier drei Ressourcen produzieren. Dann könnte ich gleich mit allem, was ich habe, questen und dann wieder alle spielbereit machen. Klingt irgendwie verlockend, das so zu tun. Ich gucke mal, was ich noch so machen kann. Ja, warum eigentlich nicht? Ich probiere es mal. Ich spiele mal die Karte, erschöpfe x Zwergenhelden, um dem Ressourcenvorrat eines Helden x Ressourcen hinzuzufügen und ziehe eine Karte. Also ich erschöpfe alle drei Helden und möchte hier drei Ressourcen haben. So, dann darf ich noch eine Karte ziehen und wir haben Schürfer aus Erid Niemais. So, das Problem ist, er ist jetzt, er ist jetzt gerade nicht spielbereit. Ich könnte ihn jetzt aber hiermit spielbereit machen, wenn ich wollte. Oder halt hiermit. Dann gehe ich jetzt mal ins Quest. Und jetzt gilt gerade der Effekt nicht von den Eisenfuß. Ich habe aber die Möglichkeit, den wieder zu reaktivieren. So, ich quest jetzt erstmal für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, damit würde ich jetzt questen. Ich sehe gerade, bevor ich das Quest mache, also ich habe es von mir schon mal erschöpft, aber in der Planungsphase hätte ich vielleicht noch König unter dem Berg nutzen sollen. Das mache ich, das hole ich mal eben nach. König unter dem Berg erschöpfe ich, um die obersten zwei Karten meines Decks anzusehen. Und eine dürfen wir unserer Hand hinzufügen. Das ist Navis Gürtel, das ist gut. Oder Doreens Erbe. Beides sehr gut. Ich behalte aber Navis Gürtel. Also das habe ich vorher gemacht, spiele ich aber jetzt noch nicht aus. Dann bin ich ja ins Quest gegangen. Ich habe hier schon alles erschöpft. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und der hier für 0. Also 8 ist aktuell mein Questwert. So, dann decken wir zwei Karten auf. In Reihenfolge Nummer 1. Einstürzende Stufen. Solange sich die einstürzenden Stufen in der Aufmachstunde befinden, können keine Fortschritts-Tragkarte draufgelegt werden. Erzwungen, sobald die einstürzenden Stufen das Spiel als erkundeter Ort verlassen haben, legt die oberste Karte des Begegnungsdecks ab. Falls die abgelegte Karte ein Ort ist, bringe ich ihn als aktiven Ort ins Spiel. Okay, nicht schlimm. Und wir haben einen Troll. Kann keine Verstärkung haben. Drei Widerstand, sechs Angriff, sechs Leben. Für jeden. Ja, der entfährt auch noch Fortschrittsmarker vom Abenteuer. So, dann haben wir jetzt ordentlich Widerstand hier in der Aufmarschzone. Ich habe ja gerade gesagt, wir questen für 8. Und hier liegen jetzt tatsächlich 8. So, das will ich aber nicht auf mir sitzen lassen. Wir wollen ja hier weiterkommen. Deshalb werde ich jetzt das hier spielen für 3 Ressourcen. Mache alle Zwergcharaktere spielbereit. So, jetzt muss ich aufpassen. Also die unten sind schon mal spielbereit. Die waren ja nicht am Abenteuer beteiligt. Am Abenteuer beteiligt waren aber alle hier oben. Alle meine Verbündeten. Und das waren ja jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zwerge waren am Abenteuer beteiligt. Und ich hatte ja gerade einen Questwert von 8 ermittelt. So. Und jetzt, da Dane Eisenfuß wieder spielbereit ist, kommen noch mal 8 drauf. Also ist mein Questwert 16. Und die sind alle spielbereit. Das heißt, ich kann sie auch gleich nutzen, um möglicherweise den Troll dort anzugreifen. So. Alles wieder spielbereit. Wir Questen für 16. 8 wird hier reduziert durch die Aufmarschzone. Das heißt, 8 bleiben übrig. Wir können jetzt hier diesen Ort entfernen. Der hat nämlich 7. Und der ist weg. Und ein Fortschutzmarker käme jetzt sogar noch aufs Abenteuer. Aber das ist egal. Weil wir das Abenteuer nicht über Fortschutzmarker entfernen. Okay, gar nicht mal so schlecht. Dann gehen wir in die Reisephase. Und jetzt reisen wir direkt mal hier zur Säule. Da sind jetzt 4 Schadensmarker drauf. Die entfernen wir. Das ist ja der Reiseeffekt. Und dann wird die zerbrochene Säule der aktive Ort. Sie ist quasi jetzt, wir haben sie jetzt quasi umgeschmissen und können gleich drüber klettern. Wunderbar. Dann gehen wir in die Begegnungsphase. Wir holen vielleicht den Troll rein. Ich gucke mal eben, was für einen Effekt hat er genau. Für jeden vom großen Höhlentroll zugefügten überschützigen Schadenspunkt. Schadenspunkte, die über die verbleibenden Treffepunkte des Angriffencharakters hinausgehen. Entferne einen Fortschutzmarker vom aktuellen Abenteuer. Das ist ziemlich egal. Das heißt, wir können gleich sogenanntes Jump-Blocking machen. Und werden jetzt wahrscheinlich einfach einen unserer Zwerge opfern. Wer soll sich denn hier opfern? Ich glaube, ich opfere einen Bergarbeiter. So. Dann greift jetzt der Troll an für 6 plus. Füge dem teiligen Charakter einen Schaden zu. Oh, der stirbt dadurch. Und jetzt passiert was Unangenehmes. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt habe ich wirklich nicht aufgepasst. Der hat ja schon einen Schaden. Ich hätte einen anderen nehmen sollen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier rauskommen. Houston, wir haben ein Problem. Jetzt ist der Angriff nämlich unverteidigt. Und wir müssen das leider so spielen. Der Bergarbeiter, der geht. Und das war jetzt leider ein Flüchtigkeitsfehler. Gut, es bleibt spannend. Er hat den jetzt besiegt. Der Effekt triggert. Der würde jetzt hier Fortschrittsmarker entfernen. Das ist egal. Beziehungsweise nein, stimmt gar nicht. Der hat jetzt niemanden besiegt. Der besiegt jetzt nämlich einen erst. Er greift für 6 an. Und 6 ist jetzt unverteidigt. Das heißt, ich muss 6 Schaden auf einen Helden nehmen. Einer meiner Helden wird jetzt sterben. Auf ihn auf gar keinen Fall. Wahrscheinlich auf ihn. Auf Nori muss ich wohl verzichten. Ja, es wird Nori. Er greift Nori an. Also er besiegt ihn. Und er ist weg. Autsch. Ja, das passiert, wenn man zu schnell spielt. Ich hätte irgendeinen anderen Zwerg dazwischenwerfen können. Dann wäre das nicht passiert. Also, beziehungsweise ich hätte einen dazwischenwerfen sollen. Der Fili oder Kili hätte ich dazwischenwerfen können. Die hätten einen Schadenspunkt, diesen Schatteneffekt überlebt. Und dann wären sie gestorben. Aber gut, so ist das halt jetzt. Das Spiel ist manchmal, wenn man es nicht erwartet, hammerhart. Aber gut. Machen wir weiter. Versuchen wir uns jetzt mal zu rächen. Einer unserer Freunde ist besiegt worden. Was machen wir denn jetzt? Großer Gegenangriff. Wir müssen, wie viel müssen wir schaffen? 10. Er hat 4 Verteidigungen, 6 Lebenspunkte. Dein Eisenfuß ist noch online. Wir greifen jetzt an. Die greifen, Fili und Kili rechen sich. Die greifen zusammen an für 2 plus 2, also 4. Die Wache von Erebor schießt sich an, sind 6. Der Langbart-Älteste greift auch noch an, sind wir bei 8. Und Ori ist auch noch dabei, sind wir sogar bei 11. Reicht, um den Troll zu besiegen. Wir haben uns gerecht. Wonderful. So, dann nutze ich am Ende nochmal den Ziegel Bergmann. Und ich sage nochmal 2. Und wir haben einmal 2 und einmal 4. Das heißt, ich darf jetzt, ich gehe auf Dane Eisenfuß. Der kriegt jetzt eine Ressource. Und ich gucke mal eben, ob ich noch irgendwas machen kann, was jetzt noch sinnvoll ist am Ende der Runde. Nö. Dann gehen wir in die nächste Runde. Wir erhöhen unsere Bedrohung um 1. Wir kriegen jetzt nur noch 2 Ressourcen dazu. 1, 2. Wir ziehen aber immer noch 2 Karten. Und haben endlich mal diese Karte gezogen. Das ist eigentlich eine Schlüsselkarte in diesem Deck. Und wir haben nochmal Langbart Ältester. Die Karte ist super. Wir können uns übrigens noch spielbereit machen. Ressourcen habe ich schon gegeben. Und ja, wir werden jetzt gleich durchquesten. Wir müssen eigentlich nur hier 2 draufkriegen. Und dann kämen wir ins große Finale. Ja, ich könnte nochmal so einen Langbart Ältesten. Ich könnte Navis Gürtel spielen. Ich könnte auch ihn mal spielen. Und bezahle für 2. Jetzt darf ich meine Bedrohung nicht wieder reduzieren. Weil ja unser Nori weg ist. Der Zwerg triggert. Nachdem er ins Spiel gekommen ist, werfen wir die obersten 3 Karten unseres Decks ab. Und danach dürfen wir eine Karte aus dem Ablagestapel in unser Deck mischen. So, die obersten 3 Karten. Hier ist ein Trigger. Der kommt rein, der Bergmann. Gandalf ist weg. Und Navis Gürtel ist weg. Eine Karte dürfen wir uns jetzt aussuchen. So, jetzt dürfen wir uns eine Karte aussuchen. Jetzt könnte man ja meinen, ich könnte jetzt einfach wieder meinen Held zurück ins Deck mischen. Das geht aber nicht. Die sind, also Nori ist quasi exzilliert. Den kann ich auch hier ganz entfernen. Den kann ich leider nicht zurück mischen. Aber vielleicht einen anderen. Ich würde den hier oder mal gucken. Gibt es hier irgendwas, was ich brauchen kann? Gandalf könnte ich, kann man immer gebrauchen. Aber sonst ist hier, glaube ich. Ich werde den Bergarbeiter wieder reinmischen. Vielleicht werfe ich ihn ja gleich wieder ab. Und dann triggert wieder Effekt, dass ich ihn umsonst reinkriege. So, wir haben gemischt. Und jetzt geht es weiter. Was können wir noch Tolles anstellen? Ich könnte A Very Good Tale spielen. Auf Deutsch eine ausgezeichnete Geschichte. Ich könnte aber auch erst mal questen und dann mal gucken, was passiert. Oder ich spiele mal Durins Lead auf dein Eisenfuß. Wobei, nein, das stimmt gar nicht. Falsche Karte. Ich wollte Narvis Gürtel auf dein Eisenfuß spielen. Hat folgenden Hintergrund. Den kann ich jetzt nutzen, um mit deinem Eisenfuß Ressourcen aus den anderen Sphären zu produzieren. Damit hätte ich theoretisch die Möglichkeit, auch jetzt zum Beispiel Wille des Westens zu spielen. Oder nochmal Ziegelbergmann. Weil aktuell fehlt mir jetzt die Geistsphäre. Aber damit hätte ich die Möglichkeit, das zu tun. Deshalb habe ich es jetzt mal gespielt. Und den Rest lasse ich mal so. Und ja, wir gehen jetzt questen. So viel brauchen wir auch gar nicht. Ich würde mal schätzen 3, 9, vielleicht für 11 oder so sollten wir mal questen. Ich queste mit Ori für 2, ne, für 3. Mit den Langbart Ältesten. Die Reaktion, die triggere ich jetzt einfach gar nicht mehr. Die brauchen wir auch nicht. Queste ich für 2, also für 3 sind wir schon mal bei 6. Mit ihm nochmal sind wir bei 8. Mit ihm auch sind wir bei 10. Und Fili kommt auch noch dazu. Sind wir bei 12. Ich glaube, das sieht jetzt ganz gut aus. Ich würde jetzt für 12 questen. König unter dem Berg könnte ich noch nutzen. Mache ich. Ich erschöpfe König unter dem Berg. Gucke mir die obersten beiden Karten an. Und füge einer meiner Hand hinzu. Nämlich Wache von Erebor. Und die andere Karte werfe ich ab. Da ich sie quasi vom Deck abgeworfen habe. Ich habe sie ja nicht auf die Hand genommen vorher. Sondern sie wurde vom Deck abgeworfen. Schwäger. Kommt sie auch rein. Und ja, das ist alles passiert, bevor ich gequestet habe. So, jetzt nochmal. Gehen wir nochmal in die Abenteuerphase. Also, ich habe gerade gesagt, ich queste für 12. 3, 6, 8, 10, 12. Alle gebustet durch deinen Eisenfuß. Gut. 12 ist jetzt unser Questwert. Da rollt der Würfel. Und wir decken zwei Begegnungskarten auf. Die erste ist oben. Es ist ein Verrat. Wenn aufgedeckt. Jeder Spieler muss, falls möglich, einen Charakter erschöpfen und die oberste Karte seines Decks ablegen. Falls die aufgedruckten Kosten der abgelegten Karte gleich oder höher der verbleibenden Trefferpunkte des erschöpften Charakters sind, wird der erschöpfte Charakter abgelegt. Die verbleibenden Trefferpunkte. Wer hat denn hier noch ordentlich viel Trefferpunkte? Der hat hier drei Trefferpunkte. Also erschöpfe ich ihn. Und die oberste Karte ist drei. Falls die aufgedruckten Kosten der abgelegten Karte gleich oder höher, sind... Leider wird jetzt die Wache von Erebor mit runtergezogen durch diese Verratskarte. Schade. Gut, weiter geht's. Die nächste Karte wird aufgedeckt. Es ist lichtloser Gang. Hat einen Widerstand von vier. Und um dorthin zu reisen, müssten wir die Höhlenfackel erschöpfen. Gut, wir haben für zwölf gequestet. Drei gehen runter, vier gehen runter. Also insgesamt sieben. Reicht locker, um hier die zerbrochene Säule zu erfüllen. Die ist jetzt erledigt. Und da sie erledigt ist, reisen wir sofort zu 4a vor. Oder schreiten voran zu 4a im Abenteuer. Den Eid erfüllen. Jetzt beginnt das große Finale. Ihr habt den Abgrund überwunden und könnt nun die Verfolgung wieder aufnehmen. Vor dem Kerker, wo die Waldmenschen eingesperrt sind, scharen sich die Bilvisse um ihren Häuptling. Ihr müsst den Stämming-Anführer der Bilvisse besiegen, wenn ihr euren Eid erfüllen wollt. Und wenn ihr euren Eid erfüllen und die Gefangenen retten wollt. Also die Bilvisse haben nicht alle Menschen getötet, sondern die haben die Leute gefangen genommen. Die sind jetzt hier im Gefängnis. Und wir haben im ersten Quest einen Eid geschworen, dass wir die Menschen befreien. So, jetzt steht hier, wenn aufgedeckt, füge den Bilvis-Häuptling der Aufmarschzoon hinzu. Der ist jetzt wieder am Start. Und 4b hat jetzt die Besonderheit. Solange sich mindestens 8 Fortschrittsmarker auf diesem Abschnitt befinden, verliert der Bilvis-Häuptling den Text, kann keinen Schaden nehmen. Also wir können gleich gegen ihn tatsächlich auch vorgehen. Und dieser Abschnitt kann nicht bewältigt werden, solange der Bilvis-Häuptling im Spiel ist. Sobald dieser Abschnitt bewältigt ist, retten die Helden die Gefangenen, erfüllen ihren Eid und die Spieler haben das Spiel gewonnen. Also, als erstes, 8 Fortschrittsmarker oder mehr drauflegen, dann Bilvis-Häuptling töten und dann Party. So, Abenteuerphase beendet. Jetzt können wir reisen. Wir reisen zu den einstürzenden Stufen. Begegnungsphase, der Bilvis-Häuptling, der kann ruhig hier noch etwas verweilen. Den will ich jetzt nicht optional engagen. Und ansonsten kann ich doch jetzt noch bestimmt irgendwas tun. Ich nutze jetzt die Aktionsfenster, die jetzt am Ende noch übrig sind. Und zwar mache ich folgendes. Ich möchte einmal eine ausgezeichnete Geschichte spielen, kostet 0, und sagt, erschöpfe zwei Verbündete unter deiner Kontrolle. Dann nehme ich einmal Keli und ich nehme den Bergarbeiter. Dann darf ich die obersten fünf Karten meines Decks ablegen, bringe bis zu zwei Verbündeten, die so abgelegt werden, unter deiner Kontrolle ins Spiel. Ihre Gesamtkosten dürfen nicht höher sein, als die Gesamtkosten der Verbündeten, die du erschöpft hast, um für diesen Effekt zu bezahlen. So, hier ist die Karte nochmal. Also, ich habe zwei Verbündeten erschöpft. Die haben Gesamtkosten von sechs. Ich darf jetzt fünf Karten abwerfen und quasi für Gesamtkosten sechs Verbündete reinbringen. Das sind die fünf Karten, die ich abgeworfen habe. Der kostet drei, Gläun. Den nehme ich schon mal. Und noch einen, der zwei kostet, nehme ich den Hammerschmied. So, die beiden kommen rein. Der Rest ist abgelegt. So, die sind reingekommen. So, die haben jetzt auch, oder der Hammerschmied hat auch einen Effekt, nachdem der Hammerschmied von Erebor gespielt hat. Ich habe ihn gespielt. Ah, nee, der triggert, glaube ich, nicht. Ich habe ihn ja nicht gespielt. Ich habe ihn nur ins Spiel gebracht. Der hat triggert seine Reaktion, glaube ich, nicht. Das passiert wohl nicht. Sonst hätte ich die oberste Verstärkung des Ablagestapels auf meine Hand nehmen können. Und Gläun kommt rein. Solange du mindestens fünf Zerge-Charaktere kontrollierst, er hat Gläun. Reaktion. Nachdem du Gläut von deiner Hand gespielt hast, okay, passiert auch nicht. Ich habe ihn ja nicht von meiner Hand gespielt. Der ist einfach nur da. Gut. Sonst triggert nichts. Aber wir können noch vielleicht was anderes anstellen. Ich würde jetzt einmal den Ziegel Bergmann nutzen und ich sage wieder zwei. Und wir haben wieder eine zwei und eine drei dabei. Ich darf eine Ressource. Dein Eisenfuß hinzufügen. Ich glaube, mit der zwei habe ich ganz gute Karten immer. Ja, gibt es noch irgendwas? Ich glaube, ich könnte tatsächlich gleich mal Wille des Westens spielen. Dann könnte ich quasi mein Deck hier wieder reinmischen. Ja, ansonsten war es das, glaube ich, erst mal. Dann machen wir uns mal spielbereit. Und ich glaube, ich mache gleich einfach einen Power Move, dass ich wieder alle zum Quest schicke und dann wieder spielbereit mache. Ich glaube, wir könnten, ich ziehe erst mal zwei Karten. Die haben wir gezogen. Wir können wahrscheinlich in diesem Zug gewinnen. Ich kriege erst mal zwei Ressourcen. Eins. Zwei. Wir decken jetzt auch nur noch eine Karte auf. Wir müssen, also der Bilwis-Häuptling hat ja seine Statuswerte x. x heißt, ist das Abschnitt, ist der Abschnitt des Abenteuers. Ist also vier. Also er hat gerade Werte von 4, 4, 4. Das heißt, hier liegen schon mal acht Widerstand. Hier sind noch mal drei, die wir erledigen müssten. Das heißt, das sind elf und dann acht aufs Abenteuer. Das heißt, 19 müssten wir schaffen. Schaffen wir das denn, wenn wir mit allem questen würden, außer dein Eisenfuß? Wobei, der könnte sogar mit questen. Dann mache ich den wieder spielbereit. Ich glaube, ich probiere es einfach mal. Also ich habe ja nämlich hier diese tolle Karte auf der Hand. Die könnte ich tatsächlich auch gleich spielen. Alle zwei Charaktere spielbereit machen. Wenn ich einfach alle ins Quest schicke, alle, dann wieder den Trick mache, ihn spielbereit mache, dann haben alle wieder plus eins und könnten danach den Bilvis-Häuptigen sogar angreifen. Das kommt schon mal weg. Das gilt jetzt nicht mehr. Sollte eigentlich machbar sein. Ich gucke gerade, gibt es irgendwas, was dagegen spricht, was uns hier ärgern könnte. Komm, let's try it. Also wir versuchen jetzt in dieser Runde zu gewinnen. Ich queste mit allem, was ich habe. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Aktuell sechzehn. Ohne deinen Eisenfuß-Effekt. Legen wir mal die sechzehnmal hier hin. So, dann decken wir auf. Es ist ein Waag, Höhlen Waag. Widerstand von zwei Reaktionen, sobald er uns angreift. Okay, dann passiert was. So, wir questen für 16 gegen, hier sind zehn, da sind drei und da müssen wir acht schaffen. So, jetzt machen wir den Trick. Wir haben ja jetzt ein Aktionsfenster, bevor wir das Quest auflösen. Also es ist immer so ein Aktionsfenster, nachdem wir die Begegnungskarten aufgedeckt haben, gibt es ein Aktionsfenster, bevor unser Quest quasi ausgewertet wird, machen wir diese Karte hier. Jetzt machen wir wieder alle Zwergcharaktere spielbereit. und da dein Eisenfuß jetzt wieder spielbereit ist, haben jetzt alle plus eins Quest und wir haben das heißt, zwölf kommen drauf. Ich queste also jetzt für zwölf, 28, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Also 16 plus zwölf, 28. Was habe ich gesagt? Zehn kommen hier runter, bleiben 18 übrig, drei kommen hier runter, um diesen Ort zu erfüllen, sind wir bei 15. das heißt 15 Fortschrittsmarker aufs Abenteuer. Das heißt, wir haben hier die Acht locker erfüllt und jetzt passiert folgendes, sobald dieser Ort das Spiel verlassen hat, lege die oberste Karte des Begegnungsdecks ab. Falls die abgelegte Karte ein Ort ist, ist sie nicht, wird sie aktiviert. Also passiert nichts, wir haben jetzt 15 Fortschrittsmarker erfüllt. Jetzt können wir immer noch reisen, ist die Frage, will ich das? Nö, brauche ich nicht, weil ich werde jetzt die, ich werde jetzt hier Tabula Rasa machen. Ich mache mal ein bisschen Platz, jetzt kommt die Begegnungsphase. Wir holen den Bilvis Häuptling freiwillig rein und wir holen den, der Höhlenwag, der wird uns verpflichtend engagen und die bekommen jetzt jeweils eine Schattenkarte. Und jetzt müssen wir mal vorwärts hier wieder irgendwelche dummen Fehler machen, müssen wir jetzt mal kurz aufpassen. Der wird jetzt uns angreifen, einer muss sich jetzt opfern, am besten ein Zwerg, der auch zwei Lebenspunkte oder mehr hat. Gehen wir mal auf Nummer sicher. Wir nehmen hier den Hammerschmied, der hat drei Lebenspunkte und eine Verteidigung von eins. Er greift an für vier und füge einem Charakter, den du kontrollierst, einen Schaden zu. Gut, dann kriegt der Hammerschmied den Schaden, er kriegt aber trotzdem mal vier Schaden und dazu einer wird verteidigt, aber es reicht, um ihn zu besiegen. So, dann ist das schon mal abgehandelt. Dann greift der uns an jetzt für drei. Da nehme ich den Langbart Ältesten oder gibt es irgendeinen, der hier überleben würde? Ich könnte auch Gläun nehmen. Ich nehme mal Gläun, der könnte sogar überleben. Der greift an für drei. Kein Schatteneffekt und Moment, 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 es gibt ja auch Reaktionen. Achso, das können wir optional triggern, wir könnten die Höhlenfackel, wir könnten hier jetzt mit der Höhlenfackel verscheuchen, machen wir nicht. Und der hat auch noch eine Reaktion oder erzwungen sogar, nachdem er uns angegriffen hat, entferne X Fortschrittsmarker vom Abenteuer. X ist Pfade vier, das heißt, wir müssen hier vier runternehmen. Dafür bleibt er aber hier und bleibt angreifbar. Wir haben aber genug Fortschritt auf dem Abenteuer, somit, also wir haben elf drauf und er ist angreifbar, wenn hier mindestens acht liegen. Und jetzt können wir den großen Gegenangriff starten. Gibt es noch irgendwas Lustiges, was wir spielen können? Wir haben eigentlich gar keine Ressourcen mehr. Nö. Dann lasst uns doch einfach angreifen. Wie viel müssen wir schaffen? Oh, der hat acht Lebenspunkte und vier Verteidigungen. Das heißt, hier sind schon mal zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht haben wir schon mal. Dann kommt Ori noch dazu, dann sind wir bei elf. Dann kommt der Langbart älteste dazu, sind wir bei 13. 13 sollten reichen, um ihn platt zu machen. Ja, der zwölf, wir greifen für 13 an, ist weg und somit haben wir das Spiel gewonnen. Ja, wir können mal eben noch gucken, wir hätten jetzt auch noch mit den hier angreifen können für vier, fünf und hätten den hier auch noch erledigt, den Waag und jetzt können wir feiern gehen, wir haben die Menschen befreit, dieser Abschnitt, ja, wir haben die Menschen gerettet und haben unseren Eid erfüllt und jetzt gehen wir zusammen wieder ins Dorf und feiern eine dicke Party mit den ganzen Zwergen, das wird spaßig, es haben genug überlebt, leider hat Nori nicht überlebt, aber man wird auf jeden Fall ihn in Ehren halten und deshalb gibt es jetzt die große Party im Dorf. Ja, das war's, vielen Dank fürs Zuschauen, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch hier die Herr der Ringe Let's Plays gefallen, ob ihr mehr sehen wollt, ich habe auf jeden Fall Bock, noch mehr zu machen, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.